Musik Mein Name ist Ines Bohl, ich bin Chefredakteurin der Taz und finde natürlich den Schutz von digitalen Informationen extrem wichtig. Nicht nur was Handys Merkel anbelangt, sondern ganz bestimmt für meinen Berufsstand von Journalistinnen und Journalisten. Dass die wissen, dass ihre Informationen sicher sind, aber natürlich auch für jeden privaten Bürger und für jede Bürgerin. Ich glaube, Politiker sollten aufhören nur zu beklagen, dass Menschen nicht mehr wählen gehen, sondern dafür sorgen, dass Menschen wissen, warum sie wählen gehen. Und gerade in Europa wäre das ein guter Schritt, wenn einfach die Informationen transparent gemacht würden, wenn Entwürfe transparent gemacht würden, wenn Einkommen transparent sind. Wenn man einfach wüsste, was ein Politiker tut und wofür er steht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.